Ob du Moslem bist oder ob du Christ bist, ob du Hindu bist oder ob du ein Hundesohn bist, ist vollkommen egal. Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. Und der gegen Rassismus ist der größte Wunsch und Susi-Furcht. Ist der größte Bastard im Augenblick. Ich hoffe, ich kann mich sehr gut akkutilieren. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so noch mal und noch schlimmer. Ganz kare Kissen. Die trinken, du trinkst sie mit Zucker, sie trinken sie mit Salz.